Klasse Flanke, so wünschen wir uns das, früheres Tor in dieser Partie. Jo, so können wir weitergehen. Mopsis Jan, das könnte der Gelegenheit werden. Super Pass, und jetzt die Schoß. Und nur eins, das ist der Doppelsteig. Jetzt kommt die Martin. Jetzt vielleicht. Er passt auf und Jo, wie macht der D denn rein? Ha, also da hat er sicher schon schwierigere Aufgaben zu lösen. Jo, dass der Kasten da so leer ist, das hast du auch nicht oft. Aber am Ende fragt da keiner mehr nach. Tor ist Tor. Da ist die Flanke. Ja, da können sie nicht entscheiden, klar. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er schießt. Und Tor, den Master. Aber es braucht ein bisschen Glück dabei. Wow, Flatter. Das könnte der Gelegenheit. Und jetzt die Schoß. Kein guter Abschluss. Noch ein Eckball. Jetzt kommt die Ecke. Ich dachte schon, der geht rein. Ich dachte, der geht rein. Aber kein Tor. Ein riesen Kopfball. Da springen sie hier alle auf. Aber am Ende passt das Ding nicht. Sanio Bayer. Und jetzt ein Schoß. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Das kann er in den Jacken sein.